Diese Arbeit jetzt in dieser Onkologie hat auch damit zu tun, wenn du nicht eigentlich das Publikum lieben würdest, respektive gerne hättest, dass sie mit der Kunst in Berührung kommen, im positivsten Sinn, dass sie sie nämlich zuletzt eigentlich wirklich lieben. Und das hat sich ja jetzt gezeigt, ich habe ja auch selber viele Reaktionen von dieser Arbeit, die du gerade machst, bekommen von Ärzten, von Pflegenden und so weiter, die sind ja unglaublich positiv überrascht und sehr erfreut über die Arbeit. Und das kann aber nur gelingen, wenn du wie auf, wie du, du kannst nicht sagen, mit deinem Arroganz ein Kunstwerk vorzulegen und sagen, das ist richtig und dieses Kunstwerk ist gut, diese Ausstellung ist perfekt, diese Kunstanbauarbeit muss genauso sein, Sondern wenn du wie denkst, von Anfang an denkst, ich möchte diesen Leuten, die dort alltäglich eine unglaublich wichtige Arbeit machen und auch mit einer sehr persönlichen Aufopferung, die Arbeit ist natürlich bezahlt, aber man kann sie eigentlich nicht bezahlen, wenn jemand im Spital arbeitet mit einer inneren Kraft, mit einer inneren Überzeugung, man kann diese Arbeit wie eigentlich nicht bezahlen. Es gehört sehr viel persönliche Kraft dazu, die man investieren muss, die nicht eigentlich eins zu eins so bezahlt ist. Und das sagst du, das ist eine gute Leistung, diese Leistung muss viel belohnt werden, ich möchte, dass sie zuletzt einen Arbeitsplatz haben, den sie lieben.